Oh. Oh. Erinnert der... Der erinnert mich irgendwie an dieses eine Viech, gegen das wir schon mal gekämpft haben, oder? Und bin das nur ich. Dieses, ähm... Dieses blöde Viech, was Polka mal angegriffen hat, ganz am Anfang. War das nicht so? Irgendwie so ein Viech? Egal. Das sind also die Wächter des Turms, ja? Na, dann wollen wir mal. Boss, fight! Ich hab mich vorher nicht aufgeladen, aber wenigstens hab ich gespeichert. Okay, versuchen wir erstmal, das Viech hier wegzukriegen. Ich hab ihn leider nicht mehr ganz so reichzeitlich. Schade. Ja, das war nicht wirklich das, was ich getan hatte. Aber ist jetzt, wie es ist? Ja, das hat gut gesessen. So, heil. Allegretto ist leider zu weit weg. Sollte ich nicht noch weiter weggehen, zugegebenermaßen. Ah, scheiße. Ich dachte, nicht, dass sie dran ist, irgendwie. Ich kann wirklich nicht, wie man das denken kann. Das wird ja angezeigt, dass sie dran ist. Ich dachte, irgendwie gerade nicht richtig hinbeguckt. So. Okay, wir laufen einfach mal. Das Viech ist nämlich jetzt nicht so schnell. Okay. Ah, das hat nicht geklappt. Ja, gut. Lauf du ihr mal hinterher. Du reißt sie eh nicht mehr. Oder? Das war nur nicht geplant. Da bin ich ganz ehrlich. Ah, warum sind das denn zwei? Have a nice nap. Spirits pathway. Okay. Die Jean Buminon. Da ist nichts mehr. Ah. 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 Ich glaube, ich habe ihn gerade noch einmal kurz getroffen. Okay. Wenn jetzt wenigstens einer von denen endlich verupfalten würde, ne? Ich bin wenigstens im Fall noch. Ich treffe das Bobble nicht. Okay, ich gehe hier. Okay, ich gehe hier. Okay, ich gehe hier. Ah, dieser Springball. Dieser nervige Springball. Endlich verpackt. Dann halt so. Ah, ich bin hier dran. Die Subtitulierung. Kann bitte endlich einer gut gehen? Nur einer? Ich muss jetzt, dann muss ich halt die größeren abschüssen, denn... Oh, nö. Oh, nö. Bleib weg! Ich befürchte, sie wird gleich sterben gehen. Gut. Können wir uns darauf einigen, dass... Ich versuche mit ihr gerade gar nicht mehr, das ist ähm... Relativ pointless gerade. Fumino, Spirits Pathway. Okay. Also hält der andere irgendwie deutlich weniger aus, weil das ist doch irgendwie... ...extrem, oder nicht? Okay. Tut mir leid, Viola, aber es gibt mir zwei einfach nicht. Das war dann auch mal vergiftet. Jetzt kommt der wieder. Jetzt ist es endlich nicht zu checken da. Und jetzt ist es wieder so das McChalk in der Erde. Ich bin jetzt nicht zu spüren, sondern es ist nicht zu checken da. Okay. Das ist einfach nicht zu checken da. So that's how it's gonna be Yeah, das fast Ah, das schon wieder Hä? Tut mir leid, dass ich gerade nichts sag, aber Ja Spirits Pathway Vision Fominant Nothing wrong Spirits Pathway Vision Fominant Nothing wrong Spirits Pathway 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 Ja, jetzt haben die mich von beiden Seiten auch nicht geblieben. Das ist ein bisschen der Füchte. Jo, klasse. Äh, bla bla bla, lass mich in Ruhe. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Also, ich habe die Viecher ehrlich gesagt nicht mal hecheln sehen. Viola zu benutzen scheint nicht besonders viel zu bringen. Der Große scheint ein ganz großes Interesse daran zu haben, sie zu jagen. Und der Kleine, den trifft man nicht. Der Kleine scheint sowieso wahnsinnig viel auszuhalten. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Viech los ist. Ich überlege gerade. Erstmal will ich... Nee, hier. Ich habe... Okay, der wird so... Nur so zur Sicherheit. Ich weiß nicht, wie viel ich da... Erholung. Alle... Jetzt Klee... Okay, den kann ich noch reintun. Ähm... Ich muss mal eben jetzt gerade die Leute angucken. Also... Alle Gretto scheint mir in dem Kampf irgendwie nicht so viel zu kriegen. Ich glaube, Jess hat eine bessere Verteidigung, oder? Und ich überlege gerade auch, ob ich Paul kann mit reinnehmen. Soll erstmal... Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal die Charaktere aus hier, die die beste Verteidigung haben. Also klar. Frederick muss sowieso da so rein. Gavotte hat gute Verteidigung. Jess hat gute Verteidigung. Crescendo hat gute Verteidigung. Crescendo hat auch wahnsinnig guten Angriff. Crescendo eher so lala. Wie Gavotte. Ja, auch so lala. Gavotte hat noch diese... Verteidigungssache. Das ist jetzt mal für mich ein ganz untypisches Team. Aber ich will es jetzt mal so versuchen. Ein bisschen mehr auf Verteidigung setzen. Beziehungsweise mit Jess setzt man ja nicht wirklich auf Verteidigung. Mit Jess setzt man eigentlich auf Ruhe. Gewalt. Also ich habe wenigstens jetzt gerade festgestellt... Also erstmal habe ich festgestellt, dass die beiden nicht direkt beim Heiler stehen dürfen. Weil man kommt da einfach nicht wieder raus. Ich kann mich auch nicht bewegen. Weil dann verdiene ich so viel Aktionszeit, dass ich nicht mehr heilen kann. Und das stört. Und sie dürfen aber auch nicht so weit weg stehen, dass ich sie mit dem Heilen nicht treffe. Das heißt, im Endeffekt muss ich mich jetzt ein bisschen darauf verlassen, dass ich die... Dass ich die Viecher tanken kann. Und ich will jetzt gleich mal versuchen, ob ich nicht... Diesmal jetzt versuchen kann, zuerst den Dicken wegzumachen. Denn der scheint mir doch, ähm... Ja. Der scheint mir doch deutlich, äh... Weiß ich nicht. Also der Kleine, der ging ja einfach nicht tot. Ich weiß nicht, was mit dem nicht stimmt. Du fuhlische Kreaturen! Und ich muss verteidigen, also... Werde ich höchstwahrscheinlich nicht ganz so viel sprechen. Und ich weiß nicht, was ich nicht so viel sprechen kann, was ich nicht so viel sprechen kann. Genau, Aurora Kappen ist nicht schlecht. Das ist vielleicht diesen Kampf nicht ganz schlecht. Wie gesagt, ich werd jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Praktisch wär's natürlich jetzt, wenn die beiden ein bisschen höher zu den Sonnen stellen würden. Ich schau mal, ich lass das jetzt erstmal so. Ach, das war... Ich war bei nem anderen Charakter. Den kann ich nicht echt null bewegen. Spirits Pathway! Spirits Pathway! Spirits Pathway! Ah! Ah! Ja! Ja! Ah, es ist zu weit weg. Ich geh mal mit ihm hier hin. Ich geh mal mit ihm hier hin. Oh, das war gerade seltsam. Oh, das war gerade seltsam. Oh, das war gerade seltsam. Verdammt. Das funktioniert nicht wirklich. Ich werde den Kampf jetzt noch mal verlieren. Ich habe da ja auch gerade... Also das funktioniert so nicht. Ich bin einfach... Ich kann nicht mit Cover... Ich kann einfach mit ihm hier hin. Es geht mir irgendwie... Irgendwie... Weiß ich nicht. Es ist bestimmt ein interessanter Charaktersuch-Strategie, aber nicht für meine. Es ist irgendwie nicht so... Ich weiß nicht, wie ich genug Damage machen kann, dass ich die irgendwann mal tot kriege. Wisst ihr? Das ist das Problem. Ja, beeilt euch jetzt mal. Ich hab kein Mist mehr. Ich hab kein Mist mehr.